Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 6002 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Das sind ja wirklich gute Neuigkeiten. Danke für die schnelle Information. Das sind ja wirklich gute Neuigkeiten. Danke für die schnelle Information. Das sind ja wirklich gute Neuigkeiten. Danke für die schnelle Information. Sie haben die beste Brillenmarke mit den besten Gläsern gewählt. Sie haben die beste Brillenmarke mit den besten Gläsern gewählt. Sie haben die beste Brillenmarke mit den besten Gläsern gewählt. Die Schlüsselübergabe an den neuen Eigentümer erfolgte schneller als erwartet. Notärzte arbeiten in der Regel im Rettungsdienst oder in Notaufnahmen von Krankenhäusern. Notärzte arbeiten in der Regel im Rettungsdienst oder in Notaufnahmen von Krankenhäusern. Ich finde mich schön. Ich habe Perlen im Gesicht und Tattoos am ganzen Körper. Ich habe Perlen im Gesicht und Tattoos am ganzen Körper. Die Aussicht auf den See und die Berge ist fantastisch. Ich genieße die Natur. Ich bin bereit, Veränderungen zu akzeptieren. Meine Mama und meine Oma sind die Besten. Beide sind immer für mich da. Meine Mama und meine Oma sind die Besten. Beide sind immer für mich da. Meine Mama und meine Oma sind die Besten. Beide sind immer für mich da. Ich kann das ständige Babyschreien nicht mehr ertragen. Ich brauche Ruhe zu Hause. Zu den Aufgaben des Notarztes gehört die Kommunikation mit anderen medizinischen Fachkräften. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.